Was ist die Dynamik der Stadt Augsburg? Seit über 40 Jahren lebe ich in dieser Stadt Augsburg und stelle fest, so viel wie zur Zeit hat sich hier noch nie, noch nie bewegt. Eine Dynamik, die unvergleichlich ist, das spüren wir am Zuzug. Viele Menschen wollen in Augsburg leben. Wir sehen eine veränderte Innenstadt. Wir sehen den Technologiepark, der zukunftsorientierte Berufe zur Verfügung stellen wird. Wir sehen aber auch die Herausforderungen, die die Familien mitbringen. Wir versuchen deswegen, Schulen und Betreuungsangebote zu generieren, neu aufzustellen, zu sanieren, wiederherzustellen, so dass hier ein Umfeld entsteht, in dem sich Kinder und Familien wohlfühlen können und mit Sicherheit wohlfühlen werden, auch wenn das Geld jetzt nicht akut für alle Maßnahmen, die möglicherweise bereitet. Wir sehen uns beim nächsten Mal.